Hallo, hier ist wieder MagmaFirma nach einer kleinen Pause. Und ich farme heute ein bisschen Holz. Ich war so lange nicht da und konnte auch keine Videos machen, weil meine Hand beim Basketball einen Kapserriss bekommen hat. War nicht sehr angenehm. Und ja, deswegen konnte ich auch nicht viel auf dem Server bauen und so. Ich habe nicht gerade ein kleines Großprojekt. Also ein Großprojekt habe ich, das, ja, ich will nicht so viel sagen, aber man reist durch die Zeit und kann halt sehr viel erleben und so. Also, ich habe da auch ein paar Quests eingebaut. Und ja, schaut einfach mal rein. Die IP ist no limit.mine4u.de. Hm, so, Eisen haben wir jetzt genug. Zack. Ja, durch meine Abstimmung haben wir entschieden, dass wir Holzfarm gehen. Oh, shit. Fuck. Oh, mein Gott. Nimm das, ihr Endermans. Fuck you. What the fuck you fuck. What the fuck. Scheiße. Die Endermans sind nicht zu angenehm. Zum Glück habe ich ein Eisenschwert. Äh, Steinschwert leider. Oh mein Gott. What the fuck. Nein, was ist das denn? Oh mein Gott. What the fuck. Scheiße. Was war das? Ja, wie ihr gesehen habt, ist das ein Hai gewesen, der nicht sehr freundlich ist. Hallo. Oh, 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 oh. Jetzt ist er wieder. Ähm, ja, diese Haie sind nicht sehr freundlich. Und so. Nimm das. Oh, ja, ich wollte ja weniger Kraftausdrücke verwenden, ehh. So wie Hurensohn oder so. Vielleicht piepig ich dir einfach raus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Scheiße. Oh. Nimm das. Fuh. Hab ich überhaupt auch schwer? Ich finde, ich sollte auch schwer haben. WTF? Scheiße, bin das. Scheiß Endermans. Nerv ein bisschen. Habe ich auch auf schwer? Mal sehen. Easy? Hallo? Bitte? Was ist das denn? Ich bin doch hier hardcore und so. Also echt. Wahrscheinlich verreck ich auch gleich. Weil ich unaufmerksam bin. Om nom 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 nom. Scheiße, Mann. Ich wollte aber noch hier Holzfarm gehen. Dabei verrecke ich hier gleich. Was war das? Das war Herobrine. So, wir gehen mal Holzfarm. Oder versuchen es. Scheiße, Mann. Ich will nicht verrecken. Ich meine, dann muss ich ja wieder hierher laufen. Mal sehen, ob ich es überhaupt finde. Ah ja. Gut. Aber wir werden ja nicht verrecken. Wir sind nämlich Minecraft Pros. Naja. Oder so. Oh, ähm. Ich habe ja ein neues Texture Pack. Ist mir gar nicht aufgefallen, wenn ich es so lange schon drauf habe. Das nennt sich, ähm. Wie heißt es überhaupt? Keine Ahnung. Aber es ist von Disco. Ist irgendwie Simple Craft oder so ein Scheiß. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich gut. Und, ja. Vielleicht steige ich auch mal um auf normal oder andere Texture Packs. Zum Beispiel das Fax oder irgendwelche Art D-Packs. Aber das hier gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es halt dieses Retroartige von Minecraft einfach perfekt wiedergibt. Was ist da? Creeper? Creeper. Also Creeper. 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 Nein. Böse Creeper. Nun das. Wir explodieren am besten nicht. Pro. I'm lucky Pro. Fuck you. Fush. Wow, die Sound-Effekts haben so... What the fuck. Äh, die Sound-Effekts sind Hammer. Das macht so... Aber das hört ihr ja selbst. So, hätten wir auch noch ein bisschen Sand gefarmt. Du was hier? Moment mal. So sollte das nicht laufen. Du was hier? Verreckte, elende Skelette der Unterwelt. Oh, das ist nicht sehr schlau. Ich bin gestorben. Gut. Äh, das kommt davon, wenn man auf Hardcore spielt. Dann müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Zack, 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 zack. Ja, ähm. Ich tütte noch schnell das Huhn und dann unterbreche kurz, dass ihr nicht alles sehen müsst, wie ich da jetzt jahrelang rumlaufen muss. Nimm das Huhn. Es hat es genommen. So, waren das jetzt da, oder? Da? Ja. Hier sehen wir nochmal kurz mein zerstörtes Haus. Hammer, gell? Ähm, ja. Und ich mach jetzt eine kurze Pause. Bis dann. Okay. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Und wir gleich eine Stelle, wo wir verreckt sind. Und diesmal werde ich nicht sterben. So hoffe ich zumindest. Ich verfick nochmal. Gebt mir mein Schwert. Ahhhh. Wtf. 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 Ähm. Jetzt. Brauch ich wieder einen. Welchen Oma ist zu finden? Ähm. Ja. Ähm. Fuck those Skeletons. Gut. Bis dann. So. Da sind wir wieder. Jetzt der zweite Versuch, nicht elendig zu sterben. Two anymore. Natürlich ohne Skelette. Das trifft sich gut. Okay. Ähm. Erstmal Inventar. Zurecht voratmen. Was hier gar nicht geht. Wtf. Da ist schon der erste Skelett. Den wir auf Hardcore Mode versiegen müssen. So. Ähm. Ich würde gerne keine Skelette mehr. Dankeschön. Cocoa Beans. Und lecker Brot. Lecker Brot. Okay. Ähm. Das brauch ich nicht. Das. Moment. Moment. Das kann man doch auch. Wtf. 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 Woher kommt dieses Skelett. So schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Verfickte Scheiße nochmal. Wtf. 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 Nachern. Es. Wtf. desperius. Ich f*** dieses Skelette so auseinander, ich schwöre, ey. Ich schwöre und so. Moment, ich wollte ja weniger, ähm, Kraftausdrücke verwenden. Ähm, hehehe. Ja, ähm, sorry, gell? Ich hoffe, ihr seid nicht gerade an eurem PC und denkt euch, bitte, äh, könnten Sie Ihre Sprachweise etwas zu Klima gestalten? Vielen Dank. Nein, ähm, das möchte ich nicht hoffen. Äh, ich laufe einfach mal hier zu diesem Todespunkt des Todes und hoffe, euch damit nicht, äh, total zu langweilen, weil es ist schon ein bisschen lass zu laufen. Yay, laufen macht Spaß, oder? Macht Spaß, ja, ja, macht Spaß. So, wir sind jetzt auch fast da, also nicht wegrennen. Oh Gott, diese Skelette, wie, wie, wie konnten die mich killen, ganz ehrlich? Ohne Scheiß. Diese verdammte Kacke. So, wie, da ist noch ein Skelett, Alter. Dann packe ich aber meine Superpowers aus, ich schwöre, Superpowers. So, da sind wir wieder. Oh Mann, diese Skelette und Monster geben mir so derbs auf die... Oh nein, fick dich doch einfach. Gott. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, warum ich da, äh, Skeletten begegne, obwohl ich hier, ähm, da Blocks drumrum gemacht hab, um den Spawner? Äh, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Bevor ich nochmal verrecke, geh ich mal hoch zu meinem... zu meiner bescheidenen Hütte. und, ja, leg ein paar Sachen ab. Gott, ich hab... Gott, hab ich einen Hunger. Ich muss Deutsch lernen. Moment, das muss noch getan werden. Tür ohne... Tür ohne... Tür ohne... Zack, 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 zack. Kistchen. Bam. Ähm, da haben wir das Kistchen. So, tun wir mal ein paar Sachen rein, die wir nicht gerade benötigen. Lö, lö. Nein, halt, stopp, jetzt rede ich. Moment. Bam, bam. Bam, ja. Bam, bam. Bam... Ja, ähm, ich würd mal sagen, wir bauen uns ein glorreiches Schwert. DAAADIAADIAADIAAAH Glorreiches Schwert. Ja, ähm, und am besten lös ich mal das ein, was ihr in den Kommentaren verlangt habt. Gutes Deutsch. Und zwar... Geh ich mal lecker lecker holtfarmen. Lecker holtfarmen. Holtfarmen. Okay. Jumps to Healer. Und es wird Nacht. Oh mein Gott. Ich muss mich beeilen. Fuck. Fuck. Ähm. Aua. Scheiß Gravitation. Meine Presse. Boah. Wie hier verreck' ich wieder. Ich kann Skeletten ey. Gleich stelle ich. Rass gleich aus man. Okay. Ähm. Holz. Zum Glück hab ich so ne Speed-Axe. Meine Föße. So. Beeilen müssen wir uns schon, weil es gibt ja auch Skorpione und so. Ja Skorpione. Ihr habt's richtig gehört. Die hab ich neu dazu gemacht. Update von Mo Creatures. Falls ihr den Mod übrigens wollt. Einfach Mo und dann Creatures. M-O-D. Also Mod. In Google eingeben und schon habt ihr es geschafft. Und landet. Auf irgendeiner Download-Seite. So. Hallo Ogre. Scheiße. Mir fällt ein. Ich muss ja noch nen Ogre killen. Von den letzten Letz... Oh mein Gott. Scheiße hat der mir Angst gemacht. Fuck. Holz. 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 Holy shit. Den kriegt man aber auch ne Angst. Kurensohn. So. Ah ja. Ich wollte ja weniger... hier. Kraftausdrücke verwenden. Ihr seht schon. Das wird spaßig. Ähm. Ich werde es nicht schaffen. Zack. 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 Ähm. Ja. Ogre muss ich killen. Oh mein Gott. Wie viele Wölfe sind da. Ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt. Aber eins, zwei, drei, vier. Fuhnwölfe. Fuhnwölfe sind da. Aua. Wollen wir sie töten? Fragezeichen. Wollen wir sie wirklich töten? Sicher? Nein. Sicher? Hm. Okay. Ähm. Schreibt's mir in den Kommentaren ob ich diese... Äh. Hulensohn von Wölfe töten soll. Und ob ich den Moga überhaupt töten soll. Egal. Äh. Ihr entscheidet und so. Gäh? Also viel spaß beim Kommentare schreiben und so. Joa. Ähm. Und... Mal sehen was ich hier noch alles bauen werde. Das wird lustig. Also Uga oder Wölfchen? Tja. Viel spaß. Schreibt's in die Kommentare. Tschüüüß.